Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute verschiedene Schusstechniken zeigen, die euch dabei helfen, viele Tore zu erzielen. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Dann sehen wir uns. Bis dann. Unsere erste Schussvariante ist der klassische Spannstoß. Dafür setzt du das Standbein neben den Ball und streckst die Fußspitze gerade nach unten. Das Fußgelenk ist festgestellt und der Oberkörper kommt ein bisschen nach vorne. Achte darauf, dass du dein Bein sauber durchschwingst. Als nächstes zeigen wir euch den Schlenzer. Diesen kannst du zum Beispiel anwenden, wenn du Freistöße schießt oder den Ball auch aus dem Spiel heraus flach oder hoch in die Ecke drehen willst. Wenn du den Ball in die kurze Ecke drehen möchtest, hältst du deinen Fuß geschlossener, als wie wenn du ihn in die lange Ecke drehst. Achte darauf, bei dieser Schusstechnik seitlicher anzulaufen, um den Ball sauber anzudrehen. Auch hier positionierst du dein Standbein neben dem Ball. Der Dropkick ist eine Schusstechnik, durch die du besonders viel Power in deinen Schuss bekommst. Du triffst den Ball ganz kurz, nachdem er auf dem Boden aufgekommen ist. Achte darauf, deine Fußspitze gerade nach unten zu strecken und das Fußgelenk festzustellen. Deinen Oberkörper beugst du leicht nach vorne. Auch beim Volleyschuss kannst du einen sehr harten Torschuss abgeben, wenn du den Ball richtig und im richtigen Moment triffst. Du kannst den Ball außer dem Volley als Hüftdrehschuss oder auch mit der Innenseite ausführen, wenn du zum Beispiel mehr Gefühl in den Schuss bekommen möchtest. Für den klassischen Volleyschuss streckst du deinen Fuß gerade nach unten und stellst das Fußgelenk fest. Du triffst den Ball am besten unterhalb deines Knies, beugst den Oberkörper leicht nach vorne und schwingst das Bein durch. Der Chipball oder Lupfer dient beispielsweise dazu, den Ball über den Torwart rüber zu heben. Dafür ist es wichtig, dass du den Ball sehr weit unten triffst. Du spielst ihn entweder mit der Fußspitze oder dem vorderen inneren Teil deines Spannens. Musik 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 Musik